hallo youtube und willkommen zurück zu let's play terraria ja wir kriegen hier richtigen einbruch wir haben gerade blatt moon wir waren wir waren eigentlich am farmen aber weil ich denke mal dass ihr das jetzt nicht mitsehen wolltet aber jetzt blatt nun da habe ich haben wir uns gedacht dass das jetzt ziemlich interessant ist ja und die hässchen werden zu bösen hässchen alles wird böse du musst auch die augen töten die bringen auch mal nie geh mal weg komm auf deine seite ja ok meiner seite ist aber fast gar keiner jo alles klar wo war das wäre gebbling ich habe das jetzt hätten wir jetzt boomerang aber das wäre killer Typ, wie viele? Wie viele Silberkons hast du? Warte, weiß ich noch nicht. Ich muss ganz kurz... Ich bin unterdruck. So. Bei uns wird angebrochen. Ja, soll ich eine Bomme werfen? Du bist Basti. Guck mal, so kann man Holz fahren. Toll. Junge, Tenor, hör einfach damit auf. Das ist so nervig. Ich brauch die Geschenke nicht. Das ist ein Geschenk von mir an dir. An dir? An dich. Oh, nein. Man kriegt voll wenig Geld für die ganzen Kacke. Man sollte beim Blood Moon 3 einfach so viel kriegen. Wie viel Geld hast du jetzt? Ich hab' mit Teckel. Unfall. Wie viel Money hast du denn jetzt? Äh, 35. Ich hab' 37. Weiß ich. Was bringt ein Shackle gar nichts, ne? Äh, was bringt ein Shackle gar nichts, ne? Shackle? Doch klar, steht da immer. Ach, One Defense bringt meins. Wow. Aber ist da nicht noch was grünes bei? Nö. Nö. Lol. Bei mir ist zwei Movementspeed. Oh, jetzt kann ich keine Presence mehr aufnehmen, weil ich voll bin. Ach ja, beim Blood Moon, da seht ihr auch oben, der Mond ist halt rot, ne? Oh, da ist ein Stern. Deiner Seite doch meiner. Meiner. Ey, guck mich. Hast du 10, ne? Guck mich mal an. Warte. Guck mich mal an. Ja, was ist das? Ja, wenn ich... Wenn wir den nächsten finden, der es gibt, ist für mich... Da hab' ich auch 10. Ja. Oh, Blood Moon ist voll schön. Ich wünsch, das wär' immer Blood Moon. Es kommt doch eigentlich noch was anderes bei Blood Moon. Weiß nicht, soll ich mal schnell gucken? Von mir aus, mega. Ja, ich guck schnell weiter her, ja. Ja, ich pass dann so lange auf beiden Seiten auf. Blood Moon... Ähm... Oh, der Inventory der meisten NPCs hat geändert. Der Merchant hat anscheinend was anderes. Ja, lass ihn gleich nachgucken. Oh, der ist Glowstick und Throwing Knife. Na, das hat bestimmt gar nix. Und Norcast, dieser Mannbruder. Der hat auch nix neu. Glowstick, Throwing Knife. Ja, Glowstick ist doch eigentlich ganz okay. 10 Copper. Oh, Jungen, komm mal helfen. Ich geh mal auf deine Seite jetzt. Ich hab' nur ne Shackle bekommen. Mit 1% Moving Speed. Die Groom hat eine Chance zu spawnen. Oh, um, geh, das wär dann unser nächster. Das ist doch ein Boss, das ist einfach... Rare Mob einfach. Ja. Na komm. Der spawns wo? w evil O Tschüss! Komm, doch mal. Was, ado, stich's kurz. Ich glaub das auch, Alter. Clowns have a chance to score. Oh, in diesem Fall ist ein so geil, Alter. Noch ein Shackle getroppt. Mit 4% Damage. Ja, dann nimm du... Kann man zwei Shackles auf einmal haben? Ich glaub nicht, nein. Dann nimm dein Lieblings und gewählte Antrieb, bitte. Warte. Nö, kann man nicht. Willst du 1% Move im Speed oder 2% Move im Speed? Zwei. Ich geh mal unten auf. Warum hast du eigentlich ein Auge hier? Oh, ist jetzt Ende. Ah. Ich hab, äh... 95 Silver Points. Warte mal, ich grad die Hälfte von meinen aufgehoben hast. Führst du? Hier. Shackle. Ja. Ja, Groom! Ja, woh, 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 woh. Hier. Warte, noch nicht töten, noch nicht töten. Oh, also. Okay, jetzt. Warte. Warte. Ja, der hat was gedrobt. Ein Top-Held, guck. Wow. Ja, ist doch gut. Oh, hier war doch nicht die Scheiße. Warum nicht, brauchst du sie nicht. Kannst du das Schäckle nicht aufheben, weil ich die ganze Zeit die AeroPresence aufhebe, so jetzt. Schäckle, ah, ich kann die anderen Schäckle verkaufen. Ach, stimmt, verkaufen ist gut. Schäuer, ne? Wow. Wow. Wow, dreist Silber. Ja. Oh, gar keine, dass man Fleisch nicht verkaufen kann. Wir brauchen noch vier Silberbars. Dann? Dann haben wir den ganz... Ja, was haben wir dann? Silberrüstung? Ja. Eine Komplette? Nein, nur Schuhe. Oh. Nein, nein, etwas. Ich hab 36 Iris was in meinem Inventar. Einmal Harald. Iris was. Warum hab ich eigentlich Story Knives? Na, kacke, dass man Wut und sowas nicht verkaufen kann. Mach mal nur ne Kiste, Junge, oha. Oh, du, du. Oh, Alter, vollen Stunts, so ne Kacke, das ist alles gar nichts wert, ne? Ja, ja. Okay, dann würd ich mal sagen, gehen wir da links in die Cave, oder? Ja, okay, ah, ja. Ach doch mal kurz. Ich hab einen Cave gefunden. Und... Und... Oh, genau. Wieder da, meine Fans. Oh, Junge, was machst du? Schicke Sache. Okay, komm, lass gehen. Du, oder? Links in die Cave. Ja, wir warten. Mann. Mann, ich geh mal weg. Du hörst aber auf mit der Kacke. Oh, wei. Nein! Ich komm immer auszusehen auf Dingens-Taste. BTS, Tenno. Gestern hab ich einen Clown gesehen. Alter. Oh, hast du den Jump gesehen? Ja, ist es. Es geht schon wieder los. Boah, bist du schlecht. Boah, bist so ein Bongo, ne? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, dass ich so viel Falldamage krieg. Ja, Otzo. Einfach mal runterspringen, ne? Ich warte auf dich. Mach das. Wie kann man so doof sein, ey? Nein. Hier ist Iron. Brauchen wir das? Iron? Iron. Hä? Ja. Das ist von die Crazy Cave. Ah, das ist ein Altar. Ja? Ja. Müssen wir uns nen Weg hingraben. Das sind zwei Altare. Altars? Keine Ahnung. Direkt nebeneinander. Ja. Krass, ne? Mhm. Super duper krass. Bist du rechts oder links rumgegangen? Ah, Kumpers. Warte mal kurz. Du weißt schon, dass hier 10 Millionen Altare sind. Ja. Hier. Ey. Hier unten ist ein Dingens. Diese Kugel. Die brauchen wir um Waterflash zu spawnen. Ah, wieso? Und ne goldene Chest ist hier unten. Warte mal kurz. Beschütze mich mal kurz hier vorne. Warte, ich weiß wo du bist. Hier links. Komm mal bitte. Ja, warum sind hier so viele Altare, man? Ja, das ist das Biom, glaube ich. Warte mal. Oh. Tenna, da kommt jemand zu dir. Tenna, oh. Ey, Tenna. Junge. Pass mal auf. Ey. Ja, die Mutter. Kamer ist vorbeigeflogen. Da unten ist ne goldene Chest. Komm mal das da ab. Können wir nicht. Doch, warte, warte, warte. Guck mal. Oh man, ich hasse das dir immer. Okay, ne Bombe reinwerfen. Bomme reinwerfen. Oh. Tenna, 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 Tenna. Wie kann man denn Bomben, dass die nicht so behindert, wieder zurück? Guck mal. Wie soll das? Oh man. Merkling. Lol. Loll. Dann geh einfach zu dem Ding da unten. Zu der Kiste. Oder ne, mach von dir O. Ah, ich weiß wie. Komm. Ahja, ne. Nein, warte, noch nicht werfen. Warte. Jetzt. Hab ich überhaupt meine Sterne gegeben. Nein. Boah. Boah. Junge, lauf da aufzuwerfen. Wieso? Verschwend doch keiner. Super lustig. Super lustig. Gib mal ein paar. Geh weg. Gib mal ein paar. Gib mal eine, bitte. Ey. Oh mein Gott. Semmonite. Wir können es nicht aufheben. Hm, warte. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh, nee. Warte, warte. Ah. Ist aber weit genug weg, Alter. Willst du dich verarschen? WCF. Junge, ich sagte, gib mir ein paar Bomben. Jetzt sitze ich hier forever alone. Ich komme jetzt. Mate, ich wollte auch sagen, es ist Partende, oder? Ja. Lauf schon mal zu mir. Ja. Hier ist Partende. Dann sehen wir uns im nächsten Mal. Tschööööö.